ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren paar journey to the savage planet dann wollen wir mal weitermachen wir haben ja noch ein bisschen was vor hier war noch was das muss überlegen hier können wir eigentlich auch noch mal gucken ich meine ich auch noch irgendwelche geheimnisse immer ein dings nicht entdeckt das wort mich oder nee das ist wahrscheinlich das ja okay ja gehen wir erst mal dahin gucken was wir da noch haben was wir da noch machen können tricky komm her du legst dich hierhin ja ich weiß ganz genau was du vor hast so dann gucken wir mal da eigentlich schon ja ne stimmt da waren wir schon und noch sachen da auch können wir da eigentlich noch welche von mitnehmen inventar voll okay das hatten wir glaube ich schon ich muss außenrum ne komm ich da nicht hin okay dann gucken wir die anderen sachen auch noch mal ab auf einmal aufgehört zu sprinten weiß nicht mal warum das war schlagen das war okay jetzt war das noch genau gut dann wird die testen durchgegangen da hier nicht auch noch was ja das war zum mal unter anderem hier hatte mal da konnten wir das letzte mal glaube ich gar nicht hin weil wir das doch noch gar nicht hatten ja siehst du das ist treibstoff ja da fehlt uns noch ein bisschen was da hinten haben wir auch noch was da kam aber beim letzten mal nicht hin der ist ja auch noch da und oh ja 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 Da waren wir schon, ne? Oh, wenn wir schon waren, warum... Ah, ne, ging ich, oder? Kann ja sein, dass ich es übersehen habe. Doch, hier waren wir doch schon. Nur da vorne nicht, weil ich den dämlich finde. Okay. 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 Ey, ich hab noch extra geduckt. Au. Harschgeige. Ich hab mich doch geduckt. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Wollen wir zwar im Oberfluss, aber... Hm. Ah, ja, ich muss den machen, ne? Oh, guck mal. Oh, guck mal. Hmm. Mhm. wir sind wieder hier bist du dämlich wie selten dämlich kann man nur sein aber diese blöde dienst hast du auch die taste zu machen ist auch echt das letzte ich wollte mich ducken und nicht es leiden aber nicht schon wieder ich hasse das ja 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 Nein, bist du dämlich! Ich hasse dich! Ducken! Nicht rutschen! Meine Güte! Es hätte so gut klappen können, er hätte uns noch nicht mal gesehen und du rutschst da einfach dieses Ding runter, dass man wieder von vorne anfangen muss. Jetzt verpisst dich hier! Na! Ducken! Nein, da bist du denn des Wahnsinns! Und dann rutscht er immer drei Kilometer weit! Meine Güte! Weißt du, einerseits muss man ja rennen, um da hinzukommen und dann rutscht er dann noch weiter anstatt zu ducken! Ja! 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 Und jetzt? Ja! Okay, gut! Ja! Ja! aber den bereich jetzt auch erledigt diese goldfische hier sehr aggressiven goldfische so sowohl den weg haben über den auch noch mal da da hinten noch was außer das was wir schon gemacht haben überlegen ich meine die dinge haben wir schon in gang gebracht ich glaube da war nichts mehr oder da hinten war ich auch gerade schon das haben wir eben mit dem links erledigt oder ist auch noch was okay das können wir uns auch gleich noch krallen erst mal gucken wir hier nein jedoch da hoch und rutsch nicht wieder runter ich mach doch mal ausweichen mach doch mal hier meine blüte oder ist noch einer was denn ach man müssen sie mal alle gegen mich verschwören nicht hau ab verziehen doch die waffe nicht Meine Güte! Haben wir noch jemanden hier? Was zieht der denn so? Muss der... Aber da haben wir den schon weg. Ich glaube, den haben wir schon weg, ne? Okay. So, jetzt muss ich erst mal mich orientieren. Ist da oben noch was? Nee, da war nur das. Okay. Warum will die aggressive Musik nicht weggehen? Die aggressive Kampfmusik. So. Ach, Mensch. Schon mal gesagt, dass ich die hasse? Oh, fick dich. Ja. Oh, leck mich doch fett. Und jetzt sollst du rutschen, jetzt rutschst du nicht. Ich könnte kotzen. Du sollst nicht ducken. Ducken solltest du bei dem anderen Vieh. Jetzt sollst du ausweichen. Was ist denn das andere Vieh da? Oh, fick dich. Ich brauche unbedingt ein besseres Magazin oder ein größeres. Größeres Magazin und schneller nachladen. Danke. So. War hier noch was? Nein. Okay. Genau, das war da. Springen wir da aber mal rüber. Und... Hier rüber. Genau. Hier rüber. Da kommen wir so rüber. Ups. Da war ich hier eigentlich schon reingeguckt. Ah, gucke mal. Oh, glatt übersehen. Schöne Wackelpudding. Können wir auch noch mal mitnehmen. Jo. Einmal kurz Heilung abstauben. Ja, komm, die zweite Heilung kann man eigentlich auch noch gleich mitnehmen. Genau, das... Da geht's ja nur wieder dahin. Oder auch dahin. Ah, da oben brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr gucken. Da ist nichts mehr. Da war ja nur die dritte von dem anderen Gedöns. So. Oder? Komme ich doch dahin, wo ich hinwollte, oder? Ja, super. Gucken wir uns nämlich hier um. Hier war, glaube ich, nämlich auch noch was. Glaub ich. Gucken wir uns mal hier. Hm. Oder auch nicht. Aber hier irgendwo war irgendwas. Irgendwo was. Ach ja, stimmt, da war ja was. Moment. Ups. Vielleicht machte Aua. Genau, da war was. Die könnte auch noch was sein, aber... Ich weiß auf jeden Fall, dass da hinten was war. da. Siehste. So. Die müssen wir mal wegmachen. Au. Ja, du sollst dich nicht selber treffen, du Idiot. Das ist hoch ätzende Säure. So, dann müssen wir noch die Dings hier, glaube ich, entfernen. Und dann unter anderem. Ja. Und dann. Ich weiße, ich weiße, dass du auch nicht hintermacht hast. Ich weiße, dass du auch nicht hintermacht hast. Ich weiße, die Dings hier allein. Ich weiße, das ist das, ich weiße, wie es nicht hinterher wie es gibt, Oder? Hm. Aber da muss ich gucken, wo die Gase rauskommen und die dann verstopfen. Da kann was raus. Kommt da was raus? Nee. Aber da hinten kam was raus. Komm her. Ah ja. Da kommt auch was raus. Dann kommt aber auch noch was raus. Wird noch eine übrig? Zwei brauchen wir noch. Da war was, ne? Ja, okay, da war was. Na komm, geht da wieder rein. Ah, du liegst hier einfach in der Gegend rum. Okay. Da. Komm mal her. Ja. So. Da haben wir noch eins. Aber wo haben wir denn noch eine Nuss hier? Da kam doch was raus, oder? Oder? Ja, doch. Nee, doch. Da kam auch was raus. Ah, jetzt muss ich da wieder hinkullern. Wollen wir irgendwo noch ein bisschen rumliegen? Ja. 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 Das ist eine dreadedung. Es muss doch irgendwo noch eine sein, oder? Ich habe eine falsch platziert. Ich glaube, hier war, ne? Ja. Hier auch? Ja. Ich bin schon eben gerade geguckt. Ja. Wo kriegt denn jetzt noch so eine XXL noch her? Ich könnte natürlich auch ganz gemein sein. Huhu. Kommt her. Hier gibt es Happerhapper. Ernsthaft? Ich habe hier bestimmt schon vier Flaschen Grob hingeschmissen. Hallo. Ist ja aber picky geworden. Da hinten ist dein Lieblingsessen. Hallo. Jetzt muss ich einen neuen Behälter finden mit diesem blöden Zeug. Oder einmal zum Javelin. Mensch. Können wir nämlich gleich die Kugel ablegen. Wo waren denn nochmal hier? Ich nehme mal einen von der... Ich bin überhaupt noch richtig unterwegs. Äh, von da vorne. Und pack den hinten hin und guck mal, dass ich die da vorne hinkriege. Nee. Nee, die sind zu klein. Ich hoffe, die liegen auch noch richtig. Ja, anscheinend. So. Du bist gerne hier. Gut, dann nehmen wir... Entschuldigung. Dann werden wir hier. Dann packen wir dich da hin. Willst du mich verarschen? Du warst doch eben noch hier. Hallo. Komm, gefährlichst du hierher. Na komm. Komm. Na komm. Na, guck mal. Komm. Komm. Sehr schwieriges Klientee. Sehr, sehr schwieriges Klientee. Ah. Entschuldigung. Danke. Oh. Okay. Hat auch so funktioniert. Hm. Haben wir wieder eine kleine Murmel. Und ich hab grad gesehen, auf der Zeit, dass es auch schon wieder soweit ist, dann gucken wir beim nächsten Mal nach den nächsten Geheimnissen. Vielleicht google ich auch noch mal ein bisschen. Wo wir noch was kriegen könnten. So. Bringen wir dann mal nach Hause zurück. Seth Devlin. Ja. Und dann beende ich den Part. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Bis dann. Das war's für heute.